Die Käpt'n, keine Sorgen! Diese hier müssen wir vorbereitet sein. Falls wir die volle Ladung abkriegen, sind wir jedenfalls auf dem richtigen Schiff. Der Käpt'n vorn warnen die Männer vor den vorstehenden Gefahren. Bei Sturm braucht es eine Menge zu beachten. Ihr wisst ja, das wird erst recht. Schiebt nicht direkt am Eingang. Da werden Bälle einschlagen. Wir haben nachlaufen in See, also seid vorsichtig. Für den Notfall muss jeder ein Messer bei sich tragen. Die Kurien kommen alle auf die Steuerbordseite, nicht mit an Bord. Das ist Sicherbank. Ich will eure Messergurte sehen. Ihr bringt die Kälber 60 Minuten, also praktisch alles so, dass wir sie auch benutzen können.